Aber theoretisch sollten die Sounds jetzt vollkommen okay sein. Also glaube ich mal. So, wann habe ich das letzte Mal kommentiert? Falls euch das jetzt gerade mal fragt, weil ich irgendwie jetzt auch nicht gerade der Beste mit dem Kommentieren bin, äh, momentan. Ja, es ist schon gute drei Monate her, ne? Also jetzt nicht wundern, dass ich gerade nicht konkret perfekt Deutsch rede, ja. Ich habe des längeren kein Spiel mehr kommentiert. Ich habe nur währenddessen rumgeraged. Weg mit dir. Okay, wow!